so weiter geht es mit rösser die Befüge genau Prozent Tastatur Tastatur und an der Maus das war Verkaufensverband Janssen Köln und außen wobei die Hälfte Karl Korn das ist letztlich so kann sein Gewerb und die Mitleidung ja ja auch so viel voll das ist Prozent das war die Schemmer die Blatt-Granate mitnehmen komm wir reinpacken das wird die die Blatt-Granate mit und nimm du die mal du brauchst sie noch, ja? weil du wirst sie noch brauchen ja scheiße hat die wenig Pistolen, äh upgrade mal ihre kapazitiert um eins wir können ja sowieso vier Upgrade werden wir haben mehr Money 7000 ja gut so viel ist das nicht ne aber dann mach wirklich nur jetzt einmal da Upgrade das war's eigentlich, du kannst es dann das nächste mal machen so wenig Geld haben, genau boah das geht ja hoch hat die unter 100 Schuss oder wie? ich glaube ja 100 oder 70 oder 60 oder so das wäre ja voll übertrieben aber, ja, ist geil gut, dann weiter weiter hier jetzt weiter Katze versucht ranzukommen wir lassen sie draußen völlig gut das ist nicht für kleine Katzen, für kleine Einjährige sie lassen ja, ein Jahr ne ja, ein bisschen älter ein Jahr und ein paar Tage und dann kann sie einfach überspringen ja, gut ja, das ist nichts Großes alles klar so, das ist jetzt halt M kommt gleich kann es sich schon mal laufen nimm mal nochmal nimm mal äh, wir sind jetzt in einer Höhle gelandet wo Erwin vorhin meinte, dass wir da reinnehmen sollen ich frage mich immer noch, warum wir überhaupt auf rechts von dir sind einfach, warum wir überhaupt auf Erwin hören ja rechtsklick rechtsklick da nicht die nimmst du also die Blattranaten nimmst du das kriegt scheiße da ist eine Verbindung was das für die Afrika bedeutet nicht sicher wo sind denn die Sachen, lass man das hier hin äh, wo sind denn die Pfeile das sind die Pfeile das sind die Pfeile das sind die Pfeile ja, wenn unter die Glas sind die nicht da ach so sehr gut da ist nichts weiß nicht die kann man auch oder da passiert nichts nur die Barsen was läuft hin vịv ah Pistolmonie Da müsst ihr das kann, bei Baum da müsst ihr jetzt aufpassen was jetzt kommt, ist nicht wirklich gefährlich guck mal rechts, ich weiss nicht nur fair was ist nein da ist nichts da ist sa ja kann es erstmal laufen kriegst gleich in den Counter und dann der ist nicht auch nicht die Schlimme ja jetzt läuch immer auch noch mal zweiern um aber nur ein paar Jahre sind aber auch ein Fulor das Problem an den Dienern ist man kann sich von denen fast nicht selbstständig befreit das ist fast unmöglich wenn du gar wo es war, es muss nicht schießen nein, alles klar ja, das denke ich seit die Klammer zu machen dann kriegt man die fast nicht mehr los also da wird nicht mehr los machen aber auch nicht viel Schaden so warte mal ähm, die musst du jetzt erstmal weghauen ich hoffe an, dass man sie eben sagte die auch ne, dann gehst du erstmal nach weiter dahinten weil dann schreibst du es dann gehst du erstmal den Stuch gleich auf links ist jetzt ein Gang, dann kommst du hoch da ist ein Schatz da sollte öfter auf die Karte da gucken ja, auf jeden Fall das Ding kann ich nicht mal vorhanden schweigen scheiße scheiße schweiß ach und da oben liegt auch noch was von der Decke musst du unterschießen von oben denk ich nur mach nein kannst du doch unterschießen da war ich bin hier oben schön zu mir vielleicht ein kleines Teil ja, tausend mindestens ja, oder fünfhundert auch nicht so weit fünfhundert habe ich noch nie so unterschätze gesehen immer tausend wenn das war nicht mal ich komm mal hier hoch da 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 ja, warum schiebe? ja, weil sie dann gefallert hat weil sie halt nicht für das andere Gegner hochkommen das ist eigentlich auch sehr nützlich aber halt da bis jetzt geht's so warte mal das guck mit einer Strafschützen mehr erstmal das hier aufmachen Ja, siehst du schon? Da schützen wir. Emblem, ne? Ja. Jetzt guckst du rechts runter. Brauch knurrt. Ja, guck mal. Guck mal. Das ist immer so kompliziert, wenn man dann am Zielen ist. Ja. Ja, klar. Ja, dann. Dann nochmal. Ja, natürlich macht er auf, ey. Mach erstmal sehr schön an. Stimmt kaputt, das ist gut. Das bringt dir nichts. Aber auch geil. Hätte gern, wenn ihr die Knochen immer zerstört, aber es geht nicht. So, in den Dingern ist wieder was drin. Warte, stopp. Nimm die Blattranat raus. Mach mal die, ne? So. Und dann musst du zurück gehen, weil du sie sonst Shava gibst. Also wenn Shava anfängt zu schießen, musst du einen Schritt zurück gehen. Ausrüsten. Ja. Jetzt Schritt zurück? Nein. Erst wenn der Gegner kommt. Dann musst du zurück gehen, weil Shava dann nämlich schießt. Und du musst sie dann sofort ausrüsten, wenn du sie ihr nicht mehr geben würdest. Müsst sie sofort an den Anstand nehmen. Jetzt noch nicht. Du musst erstmal die... Probier noch was ist. Jetzt dreh dich um. Lauf. Jetzt ausrüsten. Also jetzt halten. Rechte Maustaste gedrückt halten. Und jetzt werfen. Ja super. Machst du denn? Egal. Egal. Füße die. Klapp. Egal. Klapp. Ja gut. Jetzt auch. Und mit rechts klicken, dass man die wirft. Da muss auch einer mal drauf kommen. Ich hab nicht mit links gedrückt. Du hältst sie mit rechts klicken bereit. Ja. Sag halt du musst zurück laufen. Nicht selber nehmen. Das Fische war alles. Überhalb und halb grau und so weiter. Ich glaube hinter dir nicht noch was. Äh. Ne. Schade. Dann hol dir erstmal in Blatt-Granaten zurück. Wo du wirste. Wohlen die du brauchst glaube ich nicht wunderbar. So geil. Werden aber dadurch nicht gestorben. Ja. Weil alle, alle Klara's, alle Klara-Dinger werden in Blatt-Granaten instant getötet. Ja. Also wo es auch wenn ihr verlorenen Albträumen spielt. Was versteht denn das jetzt? Gibt es? Wenn ihr verlorenen Albträumen spielt. Das ist ein Add-On. Ähm. Dann könnt ihr diese, äh. Geh mir eine Grenade. Äh. Diese Gegner mit Blatt-Granaten kurzzeitig stunnen. Also wenn zum Beispiel der, äh, die hat eine Anker, die töten einen One-Shot. Das ist eigentlich die Runde, die du vermutet hast. Kann ich erstmal rausgehen? Ja. Also die töten einen One-Shot und dann könnt ihr eine Blatt-Granate werfen. Und dann, ähm. Lassen die euch wieder fallen. Also dann kriegt ihr den One-Shot nicht ab. Warte mal dreh mal um. Ähm. Geh mal hoch. Da ist nämlich noch so ein Teil. Das musst du kaputt machen. Das ist nicht gestorben. Oder drunter. Oh. Unter dem brennenden Ding. Heute Richtung. Da ist ein Edelstand runter. Nein, Messer. Nicht schießen. Dann. Okay. Dafür sind halt Blatt-Granaten sehr nützlich. Weil man halt unten überhaupt kein Money. Und ja, das ist die Runde, die ich dachte, aber die ist ja die Räder. Warte, undrein. Auf dem Boden das auch. Weil, äh, die Räder weiter. Da kann man was drin sein, oder wie. Ja, du musst mir ran. Da ist immer was drin. Immer. Ja, immer. Na dann. Aber halt nur zu klein. Weil die rentieren sich halt auch. Das Ding muss ja erst zerstören. Na toll. Ich schießen. Ich schießen. Ach mit. Ja, Messer ist immer besser. Das ganze Messer gilt immer besser benutzen. Da links auch. Das weiß er vielleicht. Auch viel Geld. Ja, links auch. Das hier. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Nee. Es geht schon. Ja, ist auch was drin, siehst du. Jetzt kannst du weitergehen. Ich dachte, das geht nämlich nicht kaputt wegen. Doch, doch. Das geht auch kaputt. Also, das meiste was brennt geht wirklich kaputt und da droppt dann auch was. Mhm. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Da ist irgendwo wie ein Emblem. Ich bin mir nicht ganz sicher wo. Kannst du abbrechen. Ach dummes. Das sagt nun mal, dass wir in einem riesigen unterirdischen Teil ist gelandet sind. Ja. Warte mal, geh mal da an, äh, an Rand jetzt. Ja, geh mal da an, äh, an Rand jetzt. Ja, geh mal nach rechts, sehr süßes hier. Äh, geh mal nach rechts, sehr süßes hier. Jetzt, nehm mal an. Jetzt, nehm mal an. Ich hoffe, dass unter diesem Teil, dass er reflektiert, da. Das ist ein Emblem. Du musst ranzoomen. Das tröste von hier. Sehr schwer, aber das geht. Schade, ganz klug. Nein. Du, du, du. Du musst rückwärts finden, warte, warte. Warte, warte. Ah, scheiße, es gibt so nicht. Ey. Warte. Oh, der wackelt zu viel rum, ja. Bei diesem würde ich mich gerne hinlegen, dass er nicht rumwackeln. Ja. So, jetzt ist es schon mal gleich meine Weifel. Ja. Gibt's dir einfach Plus Munition. Ah, geh mal. Danke, Partner. Danke. Gib mir Herb. Ich bin sehr gegründet. Und ihr die Muni. Gib mir die Muni. Ja, geben. Ja. 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 Ich habe dich. 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 Voll viele Vögel. Ja. Vögel oder Fledermors. Ich bin ganz sicher. Äh. Ruf mal selber zu dir. Warte mal. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Okay. Ich bin ganz sicher. Okay. ein bisschenolaus, zweit. Aufmachen kann. Das heißt, diese Truhen dafür braucht ihr immer einen Partner. Ich bin gerade mal kurz kurz raus. Das sind alles Muni. Äh, alles. Vielen Dank.